Der Kajon Hallo, mein Name ist Hakim Ludin. Ich spiele auf einen Sela Sene Cajon Bausatz. Ihr könnt Eure Cajon selber bauen. Es klingt sensationell. Der Bausatz hat auch Klebkörner. Und die weiche Sela Schlagfläche. Und dazu auch die herausnehmbare Sene. Man kann sogar einen zweiten Sene einsetzen. Damit habt ihr einen fetten, unglaublich schönen, vollen Sene Sound. Eure Sene Stöhnen. Also alles in allem ein hervorragendes Instrument. Ich setze diese Cajon meistens bei Live-Konzerten, Club-Konzerten ein und der Sound ist hervorragend. Alles Gute! Vielen Dank!